In der Stadt Freiburg gilt neu vielerorts Tempo 30. Auch an anderen Orten im Kanton gibt es ähnliche Projekte, Fluch und Segen für die lokalen ÖV-Betriebe. Die Zahl 30 sorgt in Freiburg derzeit für hitzige Diskussionen. Der Grund, in großen Teilen der Sahnestadt darf man neu nur noch mit diesem Tempo unterwegs sein. Doch nicht nur in der Stadt selbst gibt es neu 30R-Zonen. Mit Düdingen und Flammert sind in weiteren Freiburger Orten solche Verlangsamungen geplant. Betroffen sind nicht nur private Autofahrer, auch die Busse müssen sich logischerweise daran halten. Die Transports Publix Fribourg-Oschwa, TPF, sind mit ihren Bussen in der Stadt Freiburg und auch in Düdingen unterwegs. In Düdingen und in Flammert fahren zudem Postautolinien. Das Thema 30R-Zonen stellt die ÖV-Betriebe vor Herausforderungen. Wie TPF-Sprecher Jerome Gachet auf Anfrage von Now.ch sagt, hat die Verlangsamung in Freiburg vor allem Folgen für die Buslinien 1 und 2. Die Fahrten dauert wohl länger, im Schnitt zwischen 20 und 90 Sekunden, heißt es. Mit Folgen, es dürfte laut TPF schwierig sein, auf diesen Linien stets den ursprünglichen Takt zu halten. Allerdings ist laut Gachet klar, der Fahrplan bleibt unverändert. Auch, wenn man ihn offenbar nicht immer einhalten kann. Die TPF wollen die Situation zunächst beobachten. Kann der Fahrplan tatsächlich nicht eingehalten werden, soll auf den beiden Linien ein zusätzlicher Bus fahren. Auf den restlichen 10 Linien sollte es zeitlich trotz Tempo 30 Indes weiterhin aufgehen. Derweil ist man bei Postotto noch optimistischer. Die Gemeinden Düdingen und Flammert seien zu Stoßzeiten derzeit immer wieder von Staus betroffen, so Mediensprecherin Katharina Merkle gegenüber Now.ch. Alles, was den Verkehr verflüssigt, ist somit in unserem Sinn, sagt sie. Es werde sich dann zeigen, ob Tempo 30 tatsächlich helfen werde. Aber schon jetzt gilt laut Merkle, ohnehin sind wir wegen der hohen Verkehrsbelastung innerorts oft nicht schneller als mit Tempo 30 unterwegs. Auch schweizweit betrachtet ist das ÖV-Unternehmen der Verlangsamungspolitik nicht abgeneigt. Postauto unterstützt alle Maßnahmen, die zu weniger Lärm und Abgasen führen und steht der Einführung von Tempo 30 positiv gegenüber. Wichtig sei aber, dass die Ausgestaltung solcher Zonen ÖV-freundlich umgesetzt werde. Je nachdem, wie diese gebaut werden, kann es laut Merkle Probleme wie Verspätungen geben, Fahrbahnverschmälerungen oder Bodenschwellen können beispielsweise dazu führen, dass Linienbusse wegen ihrer Größe deutlich stärker abgebremst werden als Autos. Der Schweizer Verband Öffentlicher Verkehr, FÜV, will beim Thema 30R-Zonen ebenfalls nicht verallgemeinern. Mediensprecher Roger Baumann sagt auf Anfrage, der FÜV ist gegen ein generaliertes Tempo 30, also ein Tempo-30-Regime ohne Ausnahmen. Das heißt jedoch nicht, dass aus Sicht des FÜV auf einzelnen Straßen Tempo 30 nicht auch sinnvoll sein kann. Für den Verband ist klar, der öffentliche Verkehr darf durch Tempo 30 nicht an Attraktivität einbüssen. Um Verspätungen oder andere Probleme zu vermeiden, ist es wichtig, dass die ÖV-Betriebe in solche Projekte mit eingebunden werden. Eine stärkere und frühere Einbeziehung des öffentlichen Verkehrs wäre generell wünschenswert, so Baumann.